Hahaha, das ist einfach was zum Kuckuck ist hier los, Junge. Okay, dann schauen wir mal, was gibt's denn so für Twitch-Highlights? Ah, wir setzen uns schon mal aufrichtig hin. Ich hoffe, aufrichtig, aufrecht hin. Ich hoffe, ja, unsere spanische Dame ist dabei. Okay, Lautstärke sollte passen. Let's go. Bravo! Ochoa, Chibiru. Bravo, Chibiru! Bravo! Applaus, Applaus, Applaus. Wie? Der Motor ist rot. Wie? Ich habe es rot. Ich habe es rot. Ich habe es rot. Ich habe es rot. Wir haben den Motor. Du bist ja rot. Ja. Aber es ist ja rot. Ja, das ist rot. Der Motor ist rot. Stell dir vor, auf welchen Platz waren die? Oh nein, ist einfach der Motor kaputt gegangen. Weißt du, Scheiße? Wer weiß warum? Oh, die Spar-Highlights. Pack! Ey, 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 ey. Alter, was ist hier los? Sieht nach Staat aus. Das Rennen geht übrigens noch 23 Stunden 59 Minuten und 44 Sekunden. Lass' das mal kurz sacken. Das Rennen geht noch 23 Stunden, 59 Minuten und 44 Sekunden. Das ist 15 Sekunden angewiesen, das Rennen. Ich kann nicht mehr, Alter. Aber die Leute bremsen, das ist schon mal ganz nett hier. Holy Moly, was ist da los? Und die aus der Box sagt sich so, okay, easy. Die aus der Box hat einfach irgendwie schon gefühlt acht Plätze gemacht, ohne auch nur dabei gewesen zu sein. Achtung, 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 Achtung. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh ja, mit dem Regen, das macht Spaß. Ganz ehrlich, warum crashen die da alle? Kannst du als letzter stehen bleiben, bequem zehn Leute überholen? Ganz einfach, weil da einfach drei Leute nebeneinander fahren. Irgendeiner kann nicht geradeaus fahren. Dann möchte irgendjemand seinen Platz nicht abgeben, weil es sind ja schon 15 Sekunden rum im Rennen und schwuppdiwupp hast du ein paar Egos, die aufeinander crashen. Oder vielleicht jemand, der kurz gepennt hat. Es kann ja vieles sein. Dann passiert das hier. In iRacing ist das halt einfach der Tod, weil Auto fällt auseinander. Gut. Nee, also bei mir hast du dein Hack verloren. Hab ich? Ja. Das werden wir wohl häufiger sehen in dem Video. Das werden wir wohl häufiger sehen. Ich will nicht sleep, aber ich zewaue. Ich bin einfach, wie es bis zu Ende ist. Oh, bl***. Moment mal kurz. Bing, bing. Bing, bing. Das ist aber eine andere Simulation. Bing, bing. Das ist aber eine andere Simulation hier. Bing, bing. Bing fährt mit dem deutschen Sporter. Bing, bing. Bing, bing ist bei Reptile Racing. Rechts bleiben, rechts bleiben. Ja, ich konnte nicht mehr. Oh, scheiße. Ich dachte, ich konnte nicht mehr. Also, ging nicht mehr. Also. Ah, fuck. Ja, ich würde sagen, Tron. Du brauchst einen Abschlepper zurück zur Rundengasse. Record, repel da. Minuten, 57. Bekunden. Optional repel da. Acht Minuten, 21. Bekunden. Oh, oh. Da war's. Ich möchte nichts dazu sagen. Es hat geregnet. Punkt. Hier fühlt die weg gut. Boy. Mode push, mode push. Ach, wälder. Jinks hat selber. How bad is it? Guys, behind you. Just a little bit left. Ich sehe schon, der macht viel Spaß, der Mustang. Also, ich habe vom Mustang bis jetzt nur gehört, dass der sehr, sehr schwer zu fahren ist. Oh, no. Es ist nass. Ich sehe schon. Nice catch. Wow, das war wirklich gut. Das war richtig gut. Hop. Burada dışarı falan gidiyor. Ne yapıyor? Hoppala. Geri dönerken de çok zaman kaybetti. Benzin bitmiş olabilir. Benzin bitmiş olabilir. Kann ich das? 2 Minuten? Nein. Bei dem... Bei dem... Bei dem ist der Spritale. Oha, çok iyi. Oha, çok iyi. Elle sağlık. Elle sağlık. İşte bu be. İşte bu be. Bunun için beklemedik mi dört saat. Nein. Also den hätte ich... Ich hoffe den hat jemand durchgeschoben. Ich hoffe wirklich den hat jemand durchgeschoben. Oh nein. Just take a little break. It's fine. Scheiße. I'll pick up Chess. Maybe have a nip. Yes! Get in his ass! Yes! Fuck that guy! Suck a dick Andy! What a boob. Take his lunch money! That guy so got put in the locker right there. He got put in the Pear Wiggler. Thank you so much everyone. Thank you so much for your support. Thank you. Yeah, that was nice. Thank you everyone. It's fine. YOLO! I'll pick up Chess. Maybe have a nip. That's only worked because the other didn't have been pushed. And he saw that coming. YOLO! I'll pick up Chess. Maybe have a nip. Yes! With her not with her, she was dead. Dizzy, that was super fun. That's why they celebrate it. Yeah. Oh! Get in his ass! Yes! It's lunch money! Dude, you got put in the Pear Wiggler. The other thing is there... What is there? What is there? P24? Was there? P8? That was P8. That was P8. That was P8 dahinter. In the night. Thank you so much everyone. Thank you so much for your support. Thank you. Yeah, that was nice. Thank you everyone. Hey, that's not nice. That's not nice. I am now the one who is the one who is not for it. That's not intelligent. Is that not intelligent? That's not intelligent. And kids, you there at the top? Don't do it. Oh, that's not good. Ich muss sagen, im Regen scheint wohl nicht so gut zu sein. Fällt er ein anderes Spar? Sind hier Flutlichter an bei ihm? Warum ist das so hell, verdammte Axt? Das ist die erste Runde. Das ist die erste Runde von einem Endo-Rennen, was drei Stunden geht. Oh mein Gott, was ist denn das? What the fuck? Wo kam der denn her? Also hinten kommt ein Ferrari. Okay, der BMW zieht jetzt raus. Warte mal. Der Ferrari biegt jetzt links ab? Nee, da steht einer links. Jetzt kommt der BMW hinten angeflogen und der BMW wird angeschoben. Der BMW wird angeschoben und damit er den nicht, grifft er den auf? Nee, der ist jetzt extra weggefahren. Banger, das ist ein... Ey, also jetzt mal wirklich unter uns, okay? Und das ist jetzt mal Real Rap aus dem Kinderzimmer. Die Leute haben 3,4, 3,6, 5, und, 4, und. Also das sind alles Fahrer, die müssen schon ein bisschen was drauf haben, okay? Also bei dem I-Rating, was da steht, müssen die schon was drauf haben, okay? Sonst wären die nicht da. Und das ist jetzt einfach mal wirklich Point Blank, das, was da steht, um das zu erreichen. Dafür muss man schon was können. Aber sag mal, haben die geistigen Durchfall? Was ist das denn? Der kommt da hinten angeballert, Alter, als wenn hier nichts los ist. Du siehst hier rechts an der Seite, die Leute sehen das ja, dass da, dass rechts an der Seite ist einer, den hier, den siehst du, den siehst du, und den siehst du mittlerweile auch, okay? Der bremst, er reagiert da drauf, er reagiert auch noch da drauf, aber die dahinter, die hier, die da jetzt angeflogen kommen, da frage ich mich gerade, ob die kompletten Durchfall im Kopf haben. Hier stehen drei Autos neben der Strecke, hier und da, und die halten da volles Cartoon rein. Und der da kommt auch noch so angeflogen, Alter, aber der kriegt doch gerade so die Bremse. Das ist einfach was zum Kuckuck ist hier los, Junge. Da muss ja wirklich ein absoluter Komplettaussetz in den Regeln sein, Alter. So wie Dienstag. Er ist bei Grün. Ja, ich kenne die Regel. Ey, King Klops, ich sag's dir, wie es ist, also, da muss ich die Tahara-Liga jetzt auch einfach mal ganz kurz kritisieren, aber wenn wir ingame Grün-Grün-Grün haben und ich mach mein eigenes Grün-Grün-Grün später, ist das sehr verwirrend, ganz einfach. Und das ist auch einfach ein Reflex, da hinterher zu fahren. Ohne das gut zu heißen. Aber das hier, sag ich dir, wie es ist, ist mir bestimmt schon hunderte von Rennen so nicht mehr passiert, ne. Ne. Das endet nicht gut. Wow, okay. What the fuck, mein Stuur! What do you do? Ey, ma. Mein Stuur tut helemaal niks. Mein Stuur tut niks. Mein Stuur tut niks. Ja, wield damage. Ja, we will. What the fuck, mein Stuur tut the base niks. What the fuck? Ich hoffe, du hast auch so geguckt, als du mich rausgeschossen hast in meinem ersten Stint, mein Freund. I remember. I will always remember. Ich hoffe, du hast genauso geguckt. Genauso. Frikandel Racing mit der Nummer 18 auf P5. Da wären wir auch gerne gewesen übrigens. Sehr gerne. Aber da hatte jemand was dagegen. Das ist das Auto, was uns im 24er, äh, weggeschoben hat. I remember. I will always remember. Oh, come on. Oh, man, what an effort. Das hab ich mir beim ersten Mal auch gedacht, what an effort. Das habt ihr wahrscheinlich auch zu eurem Teamkollegen gesagt, als er mir einfach straight in den Arsch reingefahren ist, ohne Grund. Nein, wir sind nicht nachtragend. Nein, sind wir nicht. Absolut nicht. There's the flag. It's over. What an effort. Den fünften Platz gönne ich euch übrigens nicht. Sage ich ganz ehrlich, period. Das gönnen, nee. Da bin ich nachtragend. Gönne ich euch nicht. Ganz einfach nicht. Das dauert jetzt noch eine Woche. Das ist noch zu frisch. Es ist einfach noch zu frisch, um das fallen zu lassen. Also, by the way. I'll go for you, I'll set you for me. Ohne Schaden? Wild? Da sind aber auch schon ein paar Safes dabei. Ohne Schaden! Ohne Schaden! Ich verstehe. Die ist ja jetzt Tilt. Das wollte ich gerade sagen. Einfach voll flat draufhalten und sich dann danach aufregen. Madre mía, sie mataron hier. Aber das ist wieder so ein Moment. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Das ist ja jetzt. Ich will nur noch auf der Kiste und jetzt nicht mehr. Grito de guerra! Vamo, chavales, adiós al chat. Oh, Hasbro, chefe? Se sacaron bandera negra, Ako? No, 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 yo no tengo bandera negra. Tira! Pasa. El normal invalid, dice. Hay un incidente y por delante. Dio, si embataron todos, tú. Si no, yo nada. A menester, aquí tiene bandera negra. Atención, tiempo a sector izquierdo. Yo tengo una bandera... En, en, en top split, no? Es esta BMW, ¿verdad? No... Alter, tú haitando, tú magstas el extrema... Alter... Tú haitando. Oh mein Gott. ich so, ich habe das hier in die anderen mehr überlegt als andere ja, das ist auch der überlegt das freestream ist der 3 und der 3 ja und das oh, 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 ich bin der vor! ja nicht verknem Ansonner Wurde Daunna wetak Пока también Gute Gute Ich hab Gute 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 Das sieht so ein bisschen nach, vom Dings her nach bottom aus, ne? Jesus Christus, komm mal, Mann. Oh, Saber. Saber ist auch cool. Den mag ich. Oh oh, das wird ein Problem sein. Der ist wirklich cool. Soldier. Somebody clip that, please. Also, manchmal kannst du dir wirklich nur an den Kopf hacken. Also, die Spardinger, die einfach zu wild. Und ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.